hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einem weiteren teil transport über season 5 auf meinem kanal ja wie ihr hört ich bin immer noch ein bisschen krank bzw eigentlich geht's ich hab fast kein husten mehr sonst fühle ich auch ganz gut aber ich hab noch schnupfen also ein bisschen zu entschuldigen es wird bald wieder besser so als erstes möchte gerade eine frage an freddy den kosten gamer richten du meinst wahrscheinlich das hier aufschütten richtig ab hier an aufschütten dass wir hier keine brücke haben meine jetzt habe ich dich verstanden was du meinst so gut gestern abend habe ich noch mal ein ganz bisschen was probiert ich habe keine teile das gemacht habe ich habe diesen flughafen hier ist ein cargo habe ich auch normal als cargo gekauft und ich habe einfach noch mal ein kleineren genommen ich habe auch den anderen flughafen hinten hinten sein habe ich auch geändert und es ist nichts passiert nichts geändert das einzige mit euch jetzt mal versuchen möchte wir haben jetzt aber nur eine stadt angebunden eigentlich hat man den jahren darf der laut hast ausreichend ist wir werden jetzt aber mal noch dies müde mit dazu nehmen so dass wir dann quasi unser wahren angebot an anfrage verdoppeln und hofft man einfach mal dass wir dann endlich auch mal güter mit dem flugzeug transportieren so damit jetzt am anfang heute und dann haben wir dann noch ein bisschen was zu zeigen was ich ist also neben einer mal kurz gebastelt habe im flughafen aber da habe ich nicht viel großartiges gemacht sowohl ist das dritte wie das ist da hinten und dann wollen wir mal an der straße bei den ersten ablade ort dann auch direkt im industriegebiet machen gut aus so wird hier hinsetzen dann decken wir schon fast das ganze industrie ab was dahin decken wasser das expandiert ja noch alles mal hierhin jetzt mal hierhin jetzt nur eins jetzt mal eins hierhin oder zum einen hierhin und einen letzten letzten mal daher da kann man so im kreis fahren aber nicht kurz für den namen oder haben natürlich eine neue linie güter dies details so von hier jetzt hier lang dort lang dort lang dort lang und dort lang oder haben wir quasi unsere waren bedarf jetzt ja quasi verdoppelt das sollte reichen erst mal wieder so wo sie ist ja die ganzen flugzeuge die kommen gerade hier an das ist jetzt noch eine frachtmaschine über uns im minden ist keine fachmord doch hier da kommt gerade einer an und da kommen alle gut also die ungefähr so gleich aufgestaffelt wir haben jetzt mal beobachten wir haben jetzt der kam alles noch 0 0 0 0 was sind irgendwann jetzt hier mal sehen dass was passiert ist jetzt hat man noch ein bisschen schneller das dauerte auch alles was das erkannt wird und ach ihr wisst ja wie das funktioniert so gestern habe ich hier unten ein paar bäume gesetzt haben denn so ein bisschen grünt den bahnhof hier wird noch ein paar kreis hingesetzt hier stehen auch ein paar autos über bus hingestellt vier stück und sonst habe ich jetzt hier ein paar große häuser gesetzt ich allerdings alle noch ja sag mal schnell ich alle noch hier unten dekorieren muss ich habe ja nur hingestellt und ich sehe gerade noch ein paar menschen so dass es hier ein bisschen voller wird die züge sind auch gut ausgelastet weg ist da kommt hat auch wieder ferienflieger eine person als sie denn die flugzeuge müssen wir die eigentlich irgendwie mal zwei vier monate ist ja ein nagelneu neue maschine erwartet mein einer gut dann ist das ja schon mal was da die werde ich immer so ein bisschen weiter bauen haben wir so viele baustellen und ich habe auch gesagt dass ich das anfangen wollte jetzt diesen tage baut zu machen eigentlich wäre es ganz gut wenn ich vorher mal etwas abschließen die baustelle ist ja auch nicht alles fertig jetzt auch so viele grüne flächen was ich noch alles zubauen wollte hier hinten ist ja noch alles offen allerdings wenn wir jetzt natürlich der tage machen dann können wir ja noch die zuletzt waren kette betrieb nehmen die eisen produktion dass wir die stadt produktion was wir im prinzip ja auch brauchen um dann hier nicht mal maschinen noch herzustellen da maschinen stellen wir noch gar nicht her und die werde ich auch gebraucht überall wer noch mal komplett oder waren zweig der dazu kommt ja mal gucken ich werde jetzt auf jeden fall mal gerade hier normal versuchen das ein bisschen besser anzubinden weil ich noch eine straße reinziehen mit ein expandiert moment jetzt war nicht so wahnsinnig oh gott das wir natürlich jetzt was nicht zu vermeiden sein hier gibt noch das schöne weiche kurven würde ich nur so klein ansatz geben das geht doch ich schon ziemlich steil hier ok das war wir machen ich wollte jetzt hier noch ein depot setzen dass wir dann noch ab abfahren können das möchte ich das so machen ich sehe ich so viel platz weg die richtung was haben jede andere richtung erheben wird auf kindern so jetzt mal aufpassen dass das hier nicht zu viel hier er bringt sich jetzt auch nichts hier hin oder nie was ein laden und so können wir dazu noch wieder ein bisschen besser auslasten aber zwar eine güter linie hier fahren die müssen wir dabei eventuell um ändern dass die hier mit dem lkw fährt sondern dass er nur die lkw linie erfährt weiter weiter gehen will würde ich aber hoch die werte drauf was nicht funktioniert wegen tunnel ok dann gehen wir da erst drauf dann müssen wir gucken um die stadt hat hier weiter baut oh gott aber wieder so und die türen zu kriegen oder die bäume verstecken das ist natürlich jetzt auch echt ganz schön ich glaube den schönheitsfehler müssen wir jetzt echt leben hier weil sie echt steil ist aber wie gesagt nachher fällt das auch nicht mehr auf oder wir sagen aber diese linie aber um hat ihr ob ihre haltestellen lust wie weg zwei alles drei schon hier jetzt hinten lang wieder zurück so was soll uns dann schicken dann ist es nicht noch mal angucken wo ist die andere sichtbare haben wir schon so viele güter linien so wie wir jetzt güter mit zwei fährt jeden lang wenn ein 1 fährt hier vorne lang aber nur hier hier deckt nichts ab und ändert man linie nummer drei um so mit drei fährt erstmal gerade alle ins fahrzeuge alt alles depot alle ins depot verkaufen so dann geht uns die jetzt hier lang macht da hinten eine schleife und geht hier so um wieder zurück dann fährt die hier lang bevor sie ja schon die anderen lkw jetzt hier lang jetzt hier lang oder kann sie da nicht wieder drauf gehen ist relativ kurze dann alles weg so fertig von hier hier haben wir irgendwo ein da da haben wir ein hier dahin und fährt dahin dann fährt dahin 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 dann geht es wieder zurück machen wir die idee so maßenfahrzeuge die schwenker drauf wenn ich jetzt recht erinnere die aldi trucks nehmen immer da fünf stück in die auf die güter 3 oder machen wir eine neue linie ist natürlich jetzt einmal abstecken hier wo wir hier fahren wir jetzt sagen fahren so rum und hier dahin dann fahren wir hier lang und fahren wir hier unten lang und dann hier hinten wieder hoch ich sage fahren wir so dann wird es jetzt einmal güter-binden ja büter büter ja 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 dort 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 und dort richtig das ist absolut korrekt so oder kommen wir auch mal er kann es sehen so viel brauchen wir jetzt alles nicht reichen drei stück oder so wir können ja einfach zur abwechslung das spiel gespeichert hat er alles transportieren halbstoff kann da warenwerkzeugmaschinenöl eigener zu brauchen lebensbild kann auch aber man kann immer mal zu abwechseln hier welche verschiedene farben nehmen blau das ist auch nur dass ich hier die farbe ändert oder das ist neu das kenne ich nicht nur vier stück davon dann geht ihr auf die güter 4 aber ein bisschen abwechslung ja perfekt mal gespannt ob das was bringt vielleicht können wir hier den wachstum der stadt sogar noch ein bisschen an kurbeln da durch wir können natürlich jetzt auch die straßen war der lang fährt ich und verlassen hier oben rum das problem wird aber nichts ein ziemlich doof aus wenn die sich hier hochquälen ist schon ganz schön steil da fast wie in san francisco so aber egal das lassen wir jetzt mal so das beobachten wir das auch mal jetzt können wir gerade gucken bei unserem flughafen aber nicht dass da etwas passiert ist hier muss man jetzt auch eine wahl die hier rein machen weil wir hier natürlich jetzt auch noch bedarf haben weiß ich nicht warum die gebäude kein bedarf haben aber macht ja auch nix so müssen wir natürlich jetzt hier haben jetzt keine ecker will die verladestation das würde höchstens gebe ich dir jetzt noch erweitere dann hätten wir hier noch eine verladestation warum eigentlich nicht wenn die hübscheste lösung glaube ich ja das wäre die hübscheste lösung wir fahren auch so durch perfekt machen wir das so jetzt auch nicht zu steuern nein alles gut und hier auch gerade raus so effekt da waren wir hier auch so eine kleine alte runde hin fahrrad in ihrem lösen deckt ja schon fast alles ab hier wie brauchen wir da echt nicht da kann der hier beim weg ist einmal halten hier kann man keine setzen flughafen müssen wir die dann hier setzen wenn wir uns aber noch ein bisschen erweitern wollen jetzt wollen wir noch einen hier unten runter das ist jetzt ja nichts großes dann nennen wir die ähm erb büter büter erb bort binden so hat ab 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 und zack hab ich was haben wir euch nur ein lecker drauf setzen oder zwei ob wir dafür keine große oder die kleinen so wo wir da wieder bei die wir wären einfach zwei stück von nehmen ansonsten sich das glaube ich zu ja das ist zu groß alle 40.000 euro verlassen einer zwölf halb dollar ein stück genau wird hier auf jeden fall jetzt bald was entladen meine frage aber ob dann auch jemals was zum flughafen geht ich weiß das ja noch nicht so das ist ja jetzt hier los acht wo sie sich hier mit hille hat noch gar keine doch will er hat doch naja klar aber hier hat die rohlichste alles neu kommt sie wird auch fleißig umgeladen aber hier geht auch was runter der güter hätte es nichts da da kommt der zug wieder bei ihm aus finanzen jetzt soll es so hat sich gerade doof getaktet dass sie sich jetzt gerade verpassen aber macht ja nichts mal gucken was jetzt hier abgeladen wird jetzt hat er nicht mehr so viel an 8 16 423 nicht die welt war trotzdem als korte millionen aber es geht nichts nach helle es geht alles nur weiter warum wird nichts abgegeben das verstehe ich jetzt nicht richtig explodiert die stadt das verstehe ich jetzt nicht was sind die euro abgeteckt das war interessant jetzt entladen dass ich zwar gerade mal richtig vorlaufen so was haben wir hier für probleme waren ziemlich viele leute also wir halten alle linien an ist ja quasi zum steigen gedacht so wie sieht es hier aus die regio warten sie wie viele regio waren auch viele das geht alles durch das express ist auch gut besucht so ganz schlecht waren aber schon viele leute 500 leute wollen das schon nach schorndorf das sieht nicht gut aus der eine fährt hier gerade raus der nächste schon da hier kommt schon der nächste da steht der heide wir müssen diese strecke vielleisig bauen das hauptliche oder die züge müssen wenn es anhalten und der zug fällt weg obwohl sie eigentlich gerne verlassen möchte da müssen wir uns mal den gedanken über man ich glaube die blockieren ziemlich viel dadurch entsteht dass du mich hier jetzt ist bei einer zurückgekommen er will die hoch zu voll sein und ja züge mit alle keine passagiere mehr hat es echt nicht sein aber das neue wollen haben kommen doch die diese hier fahren lassen ist da teurer aber es ist schicker aus jetzt kommt der nächste schon jetzt 15 leute siehst du das ist problem und er nimmt jetzt mit der traurte sind auch hier aber der nächste wie sieht das bei ihm aus das ist das müssen wir auf jeden fall überarbeiten schon was abgeladen worden war oh ja so richtig viel was was das war so viel abgeladen wird jetzt auch nicht gedacht was jetzt kommt der nächste da ist auch noch ein paar leute und du kannst jetzt alle 67 leute der nächste steht hier schon mit 27 weiß ich warum ich die mal auseinander fahre das ist echt nervig ich will echt ganz schön viel abgeladen jetzt sind aber auch mehr mit wo der zug wird jetzt hier auch was abladen wird ziemlich sicher das ist gerade dass er sich ausblenden wird auch schon was ausgeliefertige sowas geladen das ist geladen weil der was mitgenommen hat oder was 6 einheiten er gleich gestoppt sechs einheiten werkzeug oder led noch gleich der 6 ach so der lkw led die 6 und der zug entlädt sicher klar verständlich war beim flughafen ist noch nichts angekommen warum auch muss ich weiß nicht warum das nicht funktioniert vielleicht haben wir nicht genug kleine flugzeuge drauf kann ja sein da kommen wir noch ein paar einfach nur zum testen hier alle auf die cargo rauf ich weiß es nicht aber es nicht funktioniert na gut meine freunde glaube ich sagen wir auch schon am ende der heutige folge angekommen ja ich hoffe mal bis 14 uhr ist die auch schon fertig gerendert auf 2k aber das werden wir sehen ich wünsche euch was bis dahin haut rein ciao